Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es die Highlights der zweiten Solo-Highlight in Season 2. Bei dem Cup war es ja so, dass man sich zwischen vier verschiedenen Varianten entscheiden konnte. Ich habe zwei von den vier verschiedenen Varianten geschafft. Tatsächlich kommt er durchzuspielen. Dadurch habe ich auch in den beiden Cups ein bisschen Plus gemacht. Allerdings immer dadurch, dass ich relativ schnell mit beiden durch war, habe ich am Ende auch nicht wirklich gut in den jeweiligen Cups gespielt. Da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Trotzdem bin ich jetzt glaube ich nur noch 900 Hype von der Champion Division entfernt. Mal gucken, ob wir heute im Livestream das tatsächlich schaffen in der Champion Division. Ich glaube, dürfte auf jeden Fall möglich sein. Der Livestream wird so gegen 12, 13 Uhr starten. Wenn ihr einen Follow auf Twitch da lasst, dann werdet ihr natürlich nichts verpassen. Ihr könnt natürlich auch gerne hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo dalassen und dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Feedback einfach in die Kommentare schreiben und wie gesagt, schau doch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlightern. Nein, Mann, Alter. Bitte hau einfach ab. Ich kill den einen und dann kommt der. Ich bin von Anfang an no. Und er hat 17 HP, hat 200er Schild. Oh, wie geil. Jaua. Oh. Ah, er hatte Disconnect. Wie? Und das haut es jetzt an, Contested oder was? Das ist so dumm. Ehre. Egal, was habt ihr alle so langt gerade. Ja, aber meine Texturen laden nicht. Ich laufe gerade so, weiß nicht wie. Was kommt da noch raus? Hä, es kommt nur ne Deck raus, ohne alles auf ne Deck. Geht nicht. Lama, bleib da, wo du bist. Ich komme. Oha, das ist 600 Meter entfernt. Zivir ist extrem overpowered, wenn man mich frägt. Wenn man nicht frägt. Ich fräge dich aber leider nicht. Okay. Okay. Oha, geil. Schieß mich nur nicht an, Typ. Ich weiß, dass du hinter mir bist. Oh, Typ. Bitte lass ihn in Ruhe. Ja. Lama, du kösst mich. Ganz ehrlich, mich kriegst. Lama, klar. Von Tick. Oh. Du bist ne Herzen von TikTok, Spack. Nein, bin ich nicht. Also nicht Bots im Gesehen von schlecht, sondern irgendwelche. Ich bin irgendwie die ganze Zeit, weil ich bei Discord 1v1-Box war, als ich auf Trimax-Server gesucht habe. Tausend, tausend. Was? Oh, du spielst über die Zone, oder? Oh, da hast du das in Ruhe. Nein, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich hab, der letzte Gegner, überlebt mit, keine Ahnung, zig AP, hatte drei Slurp-Fische. Random. Das war ganz am Anfang vom Game. Er hat direkt... ...Ruelling Rappler nicht füßen, weil ich ganz genau weiß, dass ich dann noch von allen GEDALLEO-KITS werde. Werde. Ich hab die Idee, ich geh auf diesen Ding hoch und ich kämpfe dort oben. Oh, die Idee hat er schon einen anderer. Das muss einmal sein. Ich hab so lange hier jetzt nicht, habt ihr mich. Er hat einen mystische Jump Gun und lädt sich einfach nicht. Geil, sechster Shot. Geil, sechster Shot. Oh. ich kann es mir nicht mit dir gehen lassen ich mag gar nichts von dir wirklich er steckt mich halt noch mehr ich habe gerade ein krampel da ist wie viele punkte heizen also ich werde nicht gefragt die gerade der bot trifft mich einfach mit blutig ehre dieses abbild einfach von grauer ich finde allgemein diese ganzen der jacht 25 hat bekommen oder wieviel das war mit so wenig punkten was ne kobe oh mein gott nee oder nee das geht doch nicht oh mein gott ihr habt gesagt wenn man beziehungs ich dachte wenn ich jetzt das kostet und dann addieren sich diese points warum ist dein bauch offen oval was passiert sind wir wirklich schon zu der ist down down ich kriege einen halber anfall ich habe keine aber er trifft ja du hast gesagt mit schild der schild gibt es nein du hast 100 bus gesagt 100er bus ja ist es doch auch er gibt ja 100er bus ja aber aus 100er bus geroen abhält barilla das sind immer rinder aber das ist wie zwar wenn du spar ne pampeln ne pampeln ne pampeln ne pampeln ne pampeln das kann man essen ne pampeln mit mu ne pampeln ne pampeln ne pampeln ne pampeln ne pampeln das ist ja ein bignis raus für 28 ap dann sollte jemand hier nachlaufen ne pampeln 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 so wie du es gerade gesagt hast Kirby ja achso ich erzähle mal den namen los nicht oder was ja kalt simon lag ja ich aber nicht mit dir soll dies schade nicht ab ich habe auch du du w w w w du du Was ist der Tür noch? Mit den 4 Flutter Da Da Oh, 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 oh. Das ist so geil, welchen Boss. Echt? Die Posen noch gar nicht aufgenommen. Ist doch klar, wie groß... Oh, ey.